also der titel der verwirrt mich jetzt schon punkt nummer 1 was macht man auf dem dorf da ist nichts los da siehst du immer im jahr die die liebe kredi und das wurs und dann kannst du mal deine nachbarn kannst du mal zum kaffeeklatsch einladen aber was macht man sonntags auf dem dorf also ist schon mitten in der woche ist schon nichts los aber sonntags ist ja wirklich toter hose da siehst du mal ein zombie rumlaufen dann beginnt man hier und da mal kurze aber sonst ist ja nichts los auf dem dorf also da wird man doch bekloppt bin ich schon aber da wird man noch bekloppt und dann noch arbeiten ich verstehe das nicht was fluchst du da schon wieder rum da ist immer ein ganz anderes leben als in der großstadt ist es so da da fängt man ab freitag so an zu arbeiten und hat man dann freitags mittag wochenende aber auf dem dorf wird immer gearbeitet da immer da hast du immer was zu tun und wenn du nichts zu tun hast dann dann geben dir fremde leute was zu tun nehm an meinen rasen wieso wolltest du das auch oder was wollte doch schon jedem eiernacken hier auf dem dorf andre ja für mich war das gut ich wollte mir eh einen holen ne ich hab mir jetzt auch einen neuen zugelegt auch ein rasen schneider inski oder was ja warte mal ich hol den fix ein schickes teil was hast du bezahlt dafür ey so ein teil ist nicht günstig da muss eine oma lange für strecken ja und was heißt das wie teuer ist das genau ja ein bisschen habe ich schon bezahlt doch mensch eber hat du nicht so geheimnisvoll steht ihnen nicht ja knapp 2000 habe ich hingeblättert aber mit prozenten ne was für prozente denn ja irgendwie 19 prozent habe ich bekommen mehrwertsteuer meinst du ja kann sein 90 prozent habe ich das finde ich auch mal schön da gucke ich auch mal drauf gerade wenn ich mir sachen kaufe wenn da draufsteht 19 prozent mehrwertsteuer ich finde 19 prozent rabatt finde ich toll finde ich echt super ich gehe das auch so in mein normalen leben an also steuern müssen ja gezahlt werden und ich bezahle immer 19 prozent wenn ich mal 19 prozent da hab ne ist doch kein rabatt mensch das musst du bezahlen also hat das geschäft rabatte für mich bekommen ist der teil laut ne du das geht klar finde ich ja schmeiß doch mal an die obol heute heute ist doch sonntag mensch mensch eberhard da merkt man wieder dass du aus der stadt komm schmeißt der teil anders interessiert hier keinen du gehst wenn du das sagst mache das gerät aus ich komme gleich runter wir haben mitten in der woche wir haben 20 uhr wenn du noch einmal hier so ein lärm machst du kriegst eine kartoffel gegen den kopf du vogel ich komme gleich mit meiner ganzen gang ach so das war entschuldigung das war jetzt ein video ich dachte jetzt schon wieder wir haben wir haben immer leute die kommen auf die idee ne es gibt es ja einfach bei uns im osten gibt so ein gesetz es gibt mittagsruhe ich weiß ich weiß ich kennt das nicht aber ich erkläre euch das mal da hat man von null uhr bis 23 uhr 50 hat man mittagsruhe ist einfach so da kann man jetzt drüber diskutieren aber da will ich halt meine ruhe haben in dem zeitraum ist auch meine freundin nieder weil ich brauche einfach meine mittagsruhe ich muss mich einfach konzentrieren und die anderen zehn minuten könnt ihr von mir aus machen was ihr wollt aber bitte nur in den zehn minuten und wenn euch das nie passt ja dann geht dann geht zum anderen garten aber nie mal in meinen garten ich sag doch die leute stört das man nicht auf den vollidion ist egal das ist doch dein spiegelvater oder nicht ja das ist er hast du ja noch ein bisschen was dazu geholt oder so oder so ne nur das teil hier warum holst du dich direkt ein anhänger schiebeschild und so dazu mensch das war mir ehrlich gesagt zu teuer einfach das ist auch noch so ein no name teil es ist immer ein bisschen schwieriger ich meine ist wenigstens ein bisschen marke so und ich meine deiner ist halt deutlich älter so aber marke halt und funktionieren gerade auch halt nicht so aber marke und du hast auch kein stiebeschild oder sein aus deutlich älter aber man muss sorgen auf älteren sachen lernt man segeln eine freundin lernt immer wieder weil ich bin ja schon kurz vor der rände die lernt immer wieder neu zu segeln wir haben uns jetzt auch für den segelkurs angemeldet braume eigentlich nicht mehr weil die hatte bei mir segeln gelernt wir wollen nämlich segeln gehen in der antarktis anhänger ja aber ist halt marke wird trotzdem gekauft weil es halt marke ist meinst du es war ein fehlkauf oder war fehlkauf ist übertrieben aber ich hätte mir schon den ganzen kladderadatsch dazu geholt ist halt immer noch keine marke dann letztendlich für mich ist der aber top muss ich sagen also immer die frage war das ein fehlkauf ist das kein fehlkauf da kann man immer drüber diskutieren war das jetzt schlecht dass ich gestern letzten eisberge erschossen habe klar scheiße es gibt keine eisbeeren auf der anderen seite muss man aber auch sagen ich habe einen schönen teppich jetzt hier das muss er ja sagen also es hat immer vor und nachteile die tier hat das ausgesprungen aber ich habe einen teppich ja die sehen halt das ding ist neu aber halt keine marke das wird sich nur die kauleiste wieder werde ich zerrissen du kennst das ja stimmt das habe ich überhaupt nicht bedacht man außerdem so neufahrzeuge sind immer schlechte aber was ist denn besser wenn nicht ein neufahrzeug am besten ist du jetzt hier ein richtig ranziges teil und baust das vernünftige auf denn hast den ganzen respekt vom dorf erhalten hier dann werden sich alle leute nur denken boah was der aus dem hässlichen ding gemacht hat und was soll ich jetzt machen du ich habe eine ganz verrückte idee was ist wenn wir einfach beide tauschen ich meine meine läuft ja so gut wie dann denken sich die leute auf jeden fall boah das ist schon ein krasser schrauber also dir zuliebe würde ich das schon machen menschen das ist hier nur ein freundliches angebot also ich versuche nur ein guter freund zu sein wenn du das mit füßen treten willst dann dann ist das so ich würde akzeptieren machen der hat mich überzeugt zu sein wenn das nicht entgegengenommen wird da kann ich dann auch nichts machen letztendlich das muss nicht sein ja ich weiß das auch zu schätzen entschuldigung mal gucken ob ich mit dem teil da überhaupt zurechtkomme ich meine markentechnisch ist schon mal ein downgrade damit werde ich gleich mal eine runde durchs dorf drehen aber die leute da würde ich einfach sagen da tauscht man das gegen normalen rasenmeer und ich habe noch eine idee ich habe jetzt hier in meinem lagerpartner eine sense gefunden da sind wir klein im osten andere würden sagen ja sind wir mittelalter nee dann sind wir im osten also die ossis verstehen schon also ich habe eine sense eine originale schöne sense habe ich von sensenmann bekommen ist geschliffen und mit per woll gewaschen und ja dafür würde ich den rasen traktor nehmen aber den rasen traktor würde ich dann eher wie schnee würde ich lieber auf dem wasser zum surfen benutzen dinge hier wie hier grüß dich günther mohn ganz verrückte idee ich könnte meinte mit deinem tauschen wenn du noch so zwei drei scheine investiert stehen die chancen auch gut oder das ding wieder läuft ich habe eine sense gut ich sage ich weiß ich habe einen getauscht und dann kenne ich überhaupt nicht ich sage ganz ehrlich war nur ein freundliches angebot hier und der freund ich versuche nur nett zu sein wenn du damit füßen treten willst dann ist halt auch okay ja aber ist halt marke wird trotzdem gekauft weil zeit marke ist ja also schade schade dass der freund so hier ausgenutzt wird finde ich nicht gut weil er weiß ich nicht also unter freunden sollte man schon auch manchmal zu kompromissen bereit sein mit freund meint natürlich ihn also er wird hier ausgenutzt weil sein sein bester freund will nicht das neue brandneue gerät was gerade auf dem markt erst gekommen ist was nicht nur deine rasen rasieren kann sondern deine intimzone rasiert durch gegen den strich er will der will dann die eintauschen gegen sein rasen mehr wer weiß nicht enttäuscht mich enttäuscht mich immer wieder wenn ich sowas sehe ich habe auch einen kollegen und der hat sich jetzt ein amg gekauft habe ich auch gefragt wie sieht es denn aus wir sind ja wir kennen uns ja schon seit gestern und ich finde dein amg ist schön und du weißt ja ich fahre immer mit einem einrad zur arbeit also kein witz ich fahr wirklich schon mit einem einrad zur arbeit und wie sieht es denn aus so unter freunden kann man ja mal tauschen so kriegst auch viel geld für das eine rad wenn du noch ein zweites hast kannst also fast ein fahrrad naja was will man da tun hat auch nee gesagt mich zusammengeschlagen und dann freundschaft gekündigt verstehe ich nicht naja gut das sind keine worden freunde ganz einfacher punkt ich will nur freunde haben wenn ich die man nicht frage hier wie sieht es denn aus hast du eine millionen für mich ja klar kein ding andere freunde möchte ich nicht haben ich hoffe euch hat es gefallen guckt unbedingt so genau ein video an lasst liebe da lasst kommentare da lasst wort steigen da und wir sehen uns im nächsten video bis dahin haut rein und tschüss